Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, eulche Ding hier. Schon wieder Mass Effect Zwiebeln. Ähm, letztes Mal waren wir ja hart getrollt, weil wir diesen unschaffbaren Kampf machen mussten. Mal gucken, ob wir ihn diesmal schaffen, was ich stark bezweifle, aber... Who knows? Jetzt sind wir auf einmal... ...super strong oder sowas. Schaffen ihn, weil wir einfach cool sind. Aber... ...keine Ahnung. Mal gucken, ich habe Notfalls jetzt vorher auch gespeichert, weil... Ach, jetzt kommt noch der Scheiß. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich verstehe. Ich würde niemals hier auch sehen, bis jetzt wieder zu sein. Aber was ist das Problem? Ich will nicht so hoch, das war es weniger. Vielleicht war es nicht nur noch... ...war etwas zu tun. Ich werde nicht nur arbeiten. Ich werde nicht so schwer. Ich würde nicht so schwer. Ich werde nicht nur sagen, es war mir so ein bisschen hoffen. Ich würde nicht nur sagen, es war es zu tun. Wow. Schalbert ruhig, überanstrenglich nicht. So. Kein Bock das nochmal zu machen. Wollen wir schnell abspeichern. Kommt mal ran hier. Oh, steht auch immer neben mir natürlich. So weit. Falls wir wieder gerackt werden sollten, haben wir gleich nochmal einen neuen Versuch. Weil das Spiel ja von alleine nicht speichert. Bei so wichtigen Sachen. Hey, es kommt eine hyper starke Front. Aber ey, du speichert das Spiel nicht. Du schaffst das schon. Und wenn du es nicht schaffst. Klar. Mach 17 Minuten nochmal den ganzen Scheiß von vorne. Warum eigentlich nicht? Unfähigkeit hoch 10. Ich hoffe im zweiten Teil ist das besser geregelt. Das können wir schon. Wir müssen uns das nochmal angucken. Wir können gleich zurück. Wir können gleich zurück. weglaufen. Wir kriegen so oft... Ja, Alter. Klar. Ein Aimbot oder was? Vielleicht bin ich verhetzt. Was? Wie ist denn? Was? Wie ist denn? Das ist gut. Oder haben wir? Wir können nachdenken. Wir können nachdenken. Wir können nachdenken. Gareth, du spasch, steh auf Wir können dich hier noch gebrauchen Gareth, du spasch, steh auf Oh, son, jawohl That's how we roll, bitches That's how we roll Get wrecked, son Yes, so, jetzt gehen wir wieder rein Oh, jetzt wird schon alles super easy sein Oh, ein Tunnel Ein Tunnel, da laufen wir rum Aber wir laufen Captain Shepard on the way Oh, scheiße Oh, jetzt ist sie weg Ist ja gar nicht viel aus, muss ich sagen, oder? Okay, jetzt ist es fast wieder down Nichts neues Kennen wir schon Stimmt immer Das ist der größte Pop Das ist meine erste proteanische Ruine Abgesehen von der Zitadelle natürlich Das ist dein erstes Mal hier Das muss ja so aufregend sein Fahrstuhlfahrt hat Kein Improvement gehabt Wir sind überall dasselbe Ich bin kurz maximal verwirrt Ich bin voll auflaufen Ich bin nicht gerade geblockt Well done Well done guys, well done Wir müssen immer tiefer und tiefer und tiefer Und tiefer Wir müssen eindringen Oh, und zufällig geht der Fahrstuhl kaputt So, schütz Hier ist ja auch noch hier und ist ja alles kaputt Ah, hallo Könnte mich vielleicht jemand helfen? Bitte? Karten und tits Woman, chill your base Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Sind Sie? Sind Sie real? Nein, sei doch nicht alberge Menschen kommen nicht hierher Du harnetionierst Und du führst selbstgespräche? Oh Gott Ich werde hier sterben Wir sind hier um ihren Hintern zu retten Also hören Sie auf damit Sie sind ungewöhnlich unhöflich für eine Halluzination Mein Unterbewusstsein scheint mich zu bestrafen, weil ich so dämlich war Ich heiße Shepard Die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance hat mich geschickt Eine Art magnetisches Energiefeld versperrt den Weg Es ist ein roteanisches Barrierefeld Ich wusste, es würde mich vor dem Geld schützen Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berührt sollen Ich war hier drinnen gefangen Sie müssen mich rausholen, bitte Haben Sie einen Tipp, wie wir helfen können? Natürlich Was nutzt eine Halluzination, wenn sie keine falschen Hoffnungen entdecken kann? Hören Sie zu Wenn Sie real sind, dann versuchen Sie doch hinter den Barriere voranzukommen Finden Sie einen Weg, mit dem nicht fertig zu werden Benutzen Sie dann das Schalkholt, um mich freizulassen Wenn Sie nicht real sind, verschwinden Sie bitte Ich habe keine Lust mehr auf Selbstgespräch Wenn Sie nicht real sind, dann können Sie das Schalkholt Dann sollen wir irgendetwas ausschalten, habe ich gerade mitbekommen Da sind bestimmt Gegner da, wo ich hin will Of course, of course Oh Gott, dann schon geht's los Und dann können Sie die Schalkholtze Ah, der Bereich muss frei sein von Enemies! Dann machen wir ihn mal schnell frei Ich weiß, dass er frei von Enemies ist, oder nicht? What? Hat er gesagt, wie die Überprüfungsfrequenz ist? Das war aber cool! Oh, das war so ein richtiger Laser! Cool! Voll edel, ey! Übertrieben, nice! Ich weiß! Ach was! Bitte holen Sie mich hier raus, bevor noch mehr geht kommen! Bitte schießt es einfach kaputt! Danke! Natürlich! Ich verstehe das alles immer noch nicht! Warum hatten die Gates auf mich abgesehen? Ob Enesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre! Sie sind hier die Expertin für Proteana! Er will offensichtlich, dass Sie ihm bei der Suche helfen! Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Hm, was war das wohl? Diese Höhle war nie besonders stabil! Die kriegen wohl Besuch! Diese Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht! Wir haben vielleicht 10 Minuten bis hier alles zusammenbricht! Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht! Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an! Jetzt! Zu Befehl, Commander! Anker gelichtet! Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten! Wenn die 4 schlagen, bringe ich ihn um! Wen mich? Ach ne, ich glaube er mein Joker! Beste... Beste Witz... Von... Insel... Von... Ever gesagt! Hier! Na, großartig! Freunde, oder was? Geben Sie auf! Oder auf! Ich werde an den Schatten! Wir haben keine Zeit, uns mit diesem Idioten abzugeben! Angriff! Ihre Einstellung gefällt mir! Ich puff! Wie ist denn jetzt?! So... Lass mich in Ruhe! Warum sterb ich? Warum bin ich gestorben?! Warum bin ich gestorben?! Und... Ich war nicht vergiftet gar nix! Ich war nicht vergiftet gar nix! Was? Saren ist auch mir scheißegal. Wieso kann das nicht skippen, wenn man eine Cutscene schon gesehen hat? Das ist so unnötig. So ein Waste of fucking time. Ja, was für eine Amüsante denn? Wir haben keinen Spick. Ja, stelle ich an die Mantgen. Ja, der ist tot. Okay. Alle Spills einmal abmachen. Wo ist der Wasser? Komm her. Scheiße. Das war eigentlich nicht so schwer, Alter. Los, los, los! Musik Halt deine Fresse, Joker. Und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und ihr Pilot macht noch Scherze? Manchmal ist Joker ein echter Vollidiot. Ignorieren sie ihn einfach. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit ihrem Volk Commander. Aber ich bin ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Gate hätten mich sicher getötet. Oder mich zu Saren verschlebt. Was will Saren von ihnen? Wissen sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Ach ja. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Kommen Sie zur Sache. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten, proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu... Ich will wissen, was diese Reaper sind. Das wird schon mal gefallen. Und das hat eine andere Asari mit Ihnen gemacht. Hm. Mit Ihrer Erlaubnis, Commander, ich möchte etwas probieren. Beim Kontakt mit dem Sender haben sich die Visionen tief in Ihren Verstand eingebrannt. Durch das Vorgehen der anderen Asari haben Sie ein besseres Verständnis der Visionen erlangt. Aber Sie können die Puzzleteile noch immer nicht zusammenfügen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich werde alles tun, um Saren aufzuhalten. Wie die Asari, die Ihnen die Dechiffrierung gab, kann auch ich unser beider Bewusstsein miteinander verbinden. Vielleicht kann ich mit meinem Wissen über die Proteaner diese Vision erklären. Dann hau mal rein. Dann probieren wir es. Ich bin voll entspannt. Umarmen Sie die Eindrücke. Das war unglaublich. All die Zeit. All meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemand mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Edenprime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Was machen wir jetzt? Saren weiß, dass Sie Kontakt mit dem Sender auf Edenprime hatten. Wahrscheinlich hat er mich gesucht, weil er wusste, dass ich Ihnen helfen könnte, die Bilder zu verstehen. Und tatsächlich habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Sie müssen nur finden, was fehlt. Dann kann ich die Teile zusammensetzen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh. Mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal übernehmen. Dann kannst du auch deine Schnauze halten. Sind wir fertig, Commander? Gehen Sie zur Ärztin. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Dann, das wollen wir noch schnell. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zoni bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Gate haben versucht, Sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Of course. Ich habe sie auch ausgeführt. Ach, halt deine Fresse, Mann. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Wir wären dort fast ums Leben gekommen. Es wimmelte dort nur so von Gate. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran. Wir alle zehn... Natürlich nur auf mich. Alles klar. Meine übergegangen Pelikane. Wir haben es geschafft. Hey, yo. Nächstes Mal gehen wir... Ja, Wettlauf gegen die Zeit oder sowas. Aber was machen wir schon? Aber was finden wir? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind einfach richtige Pelikaner. Wir sind übergegangen. Haut rein.